Also zur Händehygiene gibt es eigentlich viel, viel, viel zu erzählen, weil es ist wirklich mega, mega wichtig. Alleine, wenn ich nur vorne rein den Satz sage, 80 Prozent aller Erkrankungen weltweit werden über unsere Hände übertragen. Das ist schon mal ein Punkt, finde ich, der, wenn man sich das vorstellt, 80 Prozent, weil wir mit unseren Händen was anfassen und der Nächste fasst das auch wieder mit den Händen an. Da sagt er schon einfach alleine, wie wichtig diese Händereinigung und Händedesinfektion auch da wirklich ist. Klar, bei einem Gymnasium oder Berufsschule erwarte ich schon von den wachsenden Menschen, dass sie schon wissen, was eine Händereinigung ist. In der Grundschule sollten einfach die Lehrer schon nochmal einfach auch mit den Kindern zusammen zum Handwaschbecken gehen und mit ihnen zusammen nochmal die Hände waschen und in der Kita natürlich erst recht. Auch die Erzieherinnen in den Kindergärten sollten zwischen bestimmten Arbeitskängen, wie Essen austeilen, Wickeln der Kinder, danach, davor immer eine Händereinigung und eine Händedesinfektion muss durchgeführt werden. Man sagt auch, man sollte auch mindestens 30 Sekunden für die Händereinigung und 30 Sekunden für die Händedesinfektion sollte man eigentlich sich die Zeit für nehmen, was aber sehr, sehr schwierig ist natürlich, jeweils 30 Sekunden auch einzuhalten. Einmal Handschuhe, das bedeutet auch, die sind auch wirklich nur einmal auch zu tragen, danach müssen sie weggeschmissen werden, aber das Anziehen von Einmal Handschuhen ersetzt nicht das Desinfizieren der Hände. Das bedeutet, ich muss mir voranziehen der Handschuhe, die Hände desinfizieren und danach auf jeden Fall auch. Wenn diese U3-Kinder sind, wo die Wendeln täglich gewechselt werden, muss eine Händereinigung und danach eine Händedesinfektion durchgeführt werden, dann die Einmal Handschuhe anziehen und nach Abziehen der Einmal Handschuhe auf jeden Fall ist wieder eine Händedesinfektion durchzuführen. Und zwar bei jedem Kind. Hintergrund ist, dass einfach wir nicht wissen, wenn wir das Kind wickeln, welche Erkrankungen der vielleicht in sich trägt. Gerade Magen-Darm-Geschichten sind ja ganz leicht über Stuhl übertragbar. Und aus diesem Grund ist eine Händereinigung, Händedesinfektion und Einmal Handschuhe, die sind gar nicht wegzudenken aus diesen Einrichtungen. Diese Infektionskette, wie ich immer so gerne, wie ich das immer gerne sage, muss spätestens am Wickeltisch wieder beendet sein. Habe ich keine Einmal Handschuhe, geht die Infektionskette zum Beispiel zur nächsten Türklinke. Und das möchten wir ja nicht. Spätestens dort muss dann diese Infektionskette unterbunden sein. Und das schaffe ich nicht ohne Einmal Handschuhe. Das Üben der Händehygiene vollen Händewaschens, gerade bei den Kleinkindern in der Kita, finde ich sehr, sehr wichtig. Genauso wie das Zähneputzen. Da sollten die Erzieherinnen auf jeden Fall mit den Kindern so oft üben, wie es nur geht. Klar, zu Hause, auch wieder von den Eltern, sollte es natürlich auch ordentlich durchgeführt werden und immer wieder angesprochen werden. Nach dem Toilettengang, nach dem Essen, vor dem Essen, nach dem Einkaufen. Aber in der Kita natürlich genauso. Und ich finde, das sollte auch wirklich regelmäßig auch stattfinden. Das sind die Vorbilder für die Kinder. Und wenn die Eltern das oder die Erzieherin das nicht mehr richtig machen, dann gucken sich das die Kinder natürlich dann auch falsch ab. Und aus diesem Grund finde ich, dass gerade dieser Part von den Erzieherinnen und Eltern zu Hause auf jeden Fall übernommen werden muss. Und umso leichter haben wir es dann auch später, was die Händehygiene in anderen Einrichtungen angeht, in den größeren, wie Gesamtschulen oder Gymnasien.